Ich hab noch mal ein paar Schweinlüsse nebenbei gesnackt hier 3 teams, mach 3 draus Lass zusammen sammeln Lass zusammen gesammelt hier landen Scout R Hier ist ein Platon mit 10 AP Auf der Treppe, nach oben Der ist nackt Wir sind auch hart am fighten da hinten Ich brauch Munition Wofür? Energy Energy, hab ich hier 20 Immerhin Hier die healen sich gerade Ich hab hier noch ne blaues Energy Mac hingelegt Blaues Energy Mac hier Die pushen weg Ja Jolo, wir sind nochmal weg Obendrauf Cracked in der Mitte Der andere hat gar kein Schild Push die, push die, push die Ich nade da gerade hoch Eine Nate ist verschwunden Vielleicht beide Eine 1 Eine 1 hier Weiß hab ich auch nack Hier blaues Schild, blaues Schild auf der Straße Ist crack Ist fast tot Eins Die Super One Nice Sehr schön Jungs War das schon alles? Das ist die Frage Blaues Light Mac Blaues Light Mac hier Von Heavy Muni Und äh Ich hab nur 5 Schuss im Lauf Ich hab nur 5 Schuss im Lauf Hm, im Lauf 5 Schuss in einem Lauf Jolo In einem Auflauf In einem Auflauf oder was? Hier ist noch Heavy Muni Jetzt will ich nicht mehr Dann nehm ich die Brauch Heavy Mac Du wolltest die nicht, jetzt hab ich die genommen Oder willst du jetzt doch? Okay Lass mal fliegen Ja, schon da Ja, stimmt ein bisschen Sehen sie nicht hin Äh Hh Ne, Last Face Ne, Last Face Okay Ähm Ausdruck und Zeichen Sense einfach eingeben Äh Francis Dislack Was genau wiss ich Dislack Erstmal Essen machen Lass dir schmecken Dann können wir ja nochmal hin Ich würde hier kurz looten Dann die Tower looten gehen Ja, ja Ja Ja, ich muss Gips Was, musst du groß oder was? Nein, die 3 nur 1 Die sich ja auch noch Ich frag ja nur, als ich so angehe, dass ob du groß müsstest Also ich mein, den Wunsch kann ich dir auch erfüllen, aber nicht jetzt Ich geh Richtung Towers Was hast du gesagt? Er geht zu Towers Ja Hey, Alpha Direkt auch interessiert, welches Cent ich stehe Äh, mach mal, mach mal nicht so Auge auf meine Cents, Leute hier Danke Hehehe Auch unbedingt noch eine 99 Ich brauche einen Zweifel für sehr und gleiche Ich brauche einen Zweifel für sehr und gleiche Ein Lockdown schild brauche ich auch, hef Das will ich ziemlich verarschen, ich habe die 299s gepinkt, nachdem du das gesagt Oh, sorry Habe ich, wollte ich dich wohl verarschen Laura ist so hier Guck, um das wieder gut zu machen, habe ich den Blau ist und besorgt Okay, das ist lieb, ich danke dir Aber nächstes mal pingen die 99 auch mit deinem Mund vielleicht Okay Ich habe eine jetzt Habe 99 Tiere Danke Jetzt habe ich sie auch mitbekommen Hehehe Auch immer noch ein Knockdown Shield Oh, jetzt habe ich ein weißes Knockdown Shield Ich liebe mein Leben Hier ist jetzt offen, Dirk, ist das vorhin auch schon offen gewesen? Ja Weiß ich nicht Als ich bekam war das offen, das habe ich gesehen Okay Da wollen wir schon so lange Warte mal, da ist ein AirDrop, oder? Lass mal da hingehen, da kommt ein AirDrop Null Bet Null Bet Null Bet Ich habe zwei, willst du eine, oder? Ja, für mich Ja, für mich Das ist echt ein Zufall, Dirk Das ist echt ein Zufall, Dirk In my life In my life Eine Ralle in my life Oh 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 Ne, das ist sehr sensibel, passt auf, erst noch ein bisschen Ja Bist du aufpassen? Bin sehr sensibel, bin ein bisschen schwanger, neue Medikamente und so Ich habe auch Gefühle Besser und Looted Das ist der Ralle of my life My life Buing Ranked, da wo die Leute langweil sind, dass die anfangen zu singen Mein Ranked, das Early Game ist halt meistens tot Hose, ne? Wir haben alles richtig gemacht, wir haben ein Team gekillt, und jetzt müssen wir eh bis aufs Ende warten Seines gibt sich die beste, allerbesten Surpasses, aber sonst ist es halt Positionen Ja, das ist richtig, Junge, das wird's Da müssen wir dann drei haden, yes yes Hoffentlich fängt der Ralle nicht das Weinen an, wo es war, ich war gestern kurz davor bei Titanic, Alter Das war schon sehr, sehr, sehr herzerreifend Ich werde etwas runtergefahren Das ist schön Das ist schön Die Freundin hat natürlich geweint wie ein Schlosshund und ich war kurz davor, ne? Ja Da lang, kurz auf drei Okay Was ist denn mit dir? Kaffee Pause Ja sicher Ein richtiger Kaffeeschlürfer, Leute, ey, ufff F in den Chat für den Kaffeeschlürfer Ja sicher Ein richtiger Kaffeeschlürfer, Leute, ey, ufff F in den Chat für den Kaffeeschlürfer Hallo Hallo Absolut Ey, Titanic, ich hab Titanic nur einmal in meinem Leben gesehen, das war damals, als ich klein war Als es rauskam, keine Ahnung, ich weiß nicht wie alt ich da war, 12 oder so, oder 11 oder 10, keine Ahnung Da hab ich es einmal gesehen, aber sonst hab ich nie wieder Titanic geguckt Ich glaub ich war da 8-10 oder so, als ich das mal geguckt hab Du warst doch selber drauf auf der Titanic Ah ja, pssst Hä? Oh, alter ist Fossil Fossil, Alter, was? Als ob ich mal klein war, ja stimmt, ist auch wieder gelogen Alter, komm mit zwei Metern auf die Welt Na, Mann Ich kann auch von hier spielen Ich find's besser, wenn wir hier einen Highgrund hätten Mit den meisten Zuschauern bevorteil Ja, aber da bist du offen, wenn du hier von hier spielst Ja, okay, dann machen wir das, machen wir das, dann warten wir jetzt hier Ja, dann können wir uns chillen Machen wir ja nicht schon die ganze Runde, ist doch entspannt Ranked ist super entspannt, ey, ja Nichts entspannteres als Diamond 3 Logis hier, Alter Ah Na, ich darf das jetzt noch mal eine DiP-Logie Nein Lolo ist doch da mit 3, oder? Ach, ach so Ich bin von, ja, ich bin von dem Game runtergetroffen Ach so, bis runtergetroffen, ach so Na ja, gut, dann Solo-Game Dann ist das ja super easy Ja, deswegen war das Early-Game was so leicht Irgendwas fightet ganz hinten, na, bei Hammond Ja, schön das jetzt mal Ich genieße hier meinen Aufenthalts Man sollte uns auch überlegen, ob wir Solari landen werden oder nicht Weil... Ich mag Solari nicht, ganz ehrlich, in DR3 würde ich das nicht Ich weiß nicht mehr Punkt, wo sie von Bonsai und so alles hört Richtig, richtig Aber wir gewinnen da meistens immer die fighten Ich würde es erstmal ausprobieren Ja, okay, dann machen wir das Dann machen wir das Dann machen wir das Dann machen wir rein Ich würde erstmal gucken Ich fühle mich immer da ziemlich sicher zum fighten Stimmt schon Konfident Also bis jetzt eigentlich so fights Da ganz der Ende verloren Plus 6 Jungs Let's go Ich hab schon plus 18 Jungs Oh, Reifer 3 Punkte Ja, Mann Ich mach noch 2 Kills The bone is closing The weather is Oha, ganz gut Gestern war schön draußen, oder? Die Sonne Ich wollte eigentlich erst spazieren gehen, aber wir hatten keine Zeit So Schatzi, wir wissen doch jetzt, was das für ein Baby wird Was für ein Geschlecht, lassen wir mal im Park spazieren Nein, wir wissen vielleicht doch von Ja, überall wollen wir Mussten ja überall noch Kuchen besorgen Wir haben gestern, äh Gestern haben wir dann so eine Daimtorte gekauft bei Kaufland Und so Eine andere Torte noch, ne? Die ich Die ich jetzt vielleicht nicht nennen darf beim Namen Weil sonst weiß man vielleicht was Das sein könnte Auf jeden Fall Mussten wir die dann irgendwie in einer Stunde Auf Temperatur kriegen Dann müssen wir in einer Stunde auf Temperatur kriegen Erstmal schön mit dem Föhn Auf Temperatur geföhnt Beste Leben, Alter Du musst mal on streamen, den Film mit der Titanic Watch Party machen, oder was? Ich wollte es auch nicht mal eine Tränen sehen, ey Hast du denn noch die Rechte dafür rein? Ich habe die Rechte für alles, Digga Und wenn nicht benutze ich meine Linke Das ist auch ganz einfach Da Gegner Kommt hier in unsere Richtung, ey Chill doch mal Die Rechte ist komplett low, Digga Push Die Rechte ist komplett auf einer P 460, 170 gegeben Die sind ins Haus rein, fuck Die sind in Backpack Scheiß drauf Die haben ganz hart, man Miese Dudes, Alter Wollten uns pushen Und haben es verkeilt Oh, die hat super Lack gehabt, man Die Rechte hat richtig Lack gehabt, dass ich sie nicht genockt habe Der andere hat auch 100 von mir bekommen Der Blatthorn oder was das war Fight hat ihr jetzt auch noch, oder was? Nö, ich schieße mal auf die Stamm Wir locken auf jeden Fall Team Scanner Die gehen ins Auto, ne doch nicht Die sind aber weg Mal hinter Ditchen komplett da Wir spielen hier hinter Hattet ihr auch geditcht, Digga Wenn sie so viel Die haben richtig, richtig kassiert Die wirklich Hätte einer von euch einen Hit gemacht auf die Wär die Daumen gewesen wäre Vielleicht ist es für die anderen beiden noch nicht Vor allem noch mal einen Kaffee trinken Vor allem noch einen Kaffee trinken Hier im Diamond Warum nicht Backofen, Ralf? Wäre auch eine Möglichkeit gewesen Aber das wäre zu unkontrollierbar gewesen Mit dem Film siehst du direkt Feedback mäßig, was passiert so Okay, okay 3,950 Ich habe die beiden auch hart gegeben Ich muss ja nicht, dass ich dir an der Ecke chillen Halleluja Ja, die hauen wieder ab Ich dachte, ich komme in den Airdrop ran, dann aber auf einmal stehen Was ist denn? Mit so einem richtigen Zoom auf meine Augen, Digga? Die Tränensäcke will doch keiner sehen, Alter Okay Ich bote uns zum Airdrop Obwohl noch haben wir eine gute Pose Wir sind hier am Stein, ne? Das heißt, wir haben eine gute Pose, wie geht's auch? Einer minus 50 Einer minus 50 Einer minus 80 Ist einer hier oben? Ja, einer war oben Ja, einer war oben Die Ulten Muss erstmal raus, kein Bock jetzt hier von der Ulte gecatcht zu werden Zum Airdrop bist du leidest Von dem Stein auf Der ist fast cracked, der Bloodhound da oben noch Das war ein Crack, minus 36 rot Ich habe leider gar keine Vision auf die Boys, ey Ich auch nicht, man 50 auf Ray 4% meine Ulti, dann können wir die ja nicht pushen, wenn die wollen Ja, Bangalock cracked, ich mache hier gerade gute Hits Die Wände gefördert, die Wände gefördert Die Slow Pass auf, gib ihm die Ulti Eingenockt Ja, ich habe einen genockt von denen Geht man nicht zu deep rein Wartet, sie holt sie ab, kommt sie high ground bei mir Hier, hier, ich kann die Flanken Eine, Gibi minus 50 Ich sehe gerade nichts Gibi oben, Gibi oben Oben, Heart拜拜 1 Part by the one Part by the low Die, die hat, der ist ein bisschen passiert hier, jungen Gibi one Gibi one Gibi one for the Hol dir den zu print Woann ist der nicht, jetzt habe ich ihn Was Bei mir läuft was, bei mir läuft was Hier, irgendwo unten bei mir Bei mir oben glaube ich, er habe zwei Stück hier oben bei mir Das sind die Letzten, das sind die Letzten, das sind die Letzten. Tracked. Lockt einer. Lockt die Wave. Sehr schön, Jungs. Ja, die Schipone, der Schock. Hm, ich halte mich noch kurz noch nicht, weiß ich. Hier sind Pets, voll. Fracked. 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 GG Boys. Let's go, Alter. Easy. 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 stews. tea. ��려